Es könnte sein, dass hier ein Pilz ist. Oh man... NEIN! Ja, ich würde vorschlagen, einfach durchrennen. Woah! Woah! Woah, fuck! Das war klar, dass sie das machen lassen. Aber du kannst halt nicht bremsen, Mensch. Es ist Luigi, der hat keinen Bock. Was?! Ey, ihr blöden Verdammten! Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht im Ton vergreife, weil... Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, ich bin nicht ganz gut. Nein! Woah! Hier bin ich gelandet! Scheiße! So viel unnötige Kacke wird hier produziert. Ich hätte schon längst durch sein können, wenn dieser dumme Hammerbruder da nicht gewesen wäre. Oder ich mich besser angestellt hätte. Weil ich habe mich eigentlich schon billig verarbeiten lassen von dem. Woah! Ja klar! Toll! Irgendwie muss ich ja hier landen, oder? So, komm, mach ihn kalt! Spring! Woah! War das knapp! Aber ein Tod bei Bowser wäre einfach nur unnötig, weil das ist ja immer das gleiche. Der Bosskampf gegen Bowser hat sich auch nicht geändert. Das ist eigentlich der gleiche wie in Superman Bros. 1. Von daher akzeptiere ich das nicht, wenn ich da sterbe. Scheiße, 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 scheiße! Alter! Nicht wundern, ich brauche das Randalieren. Es gibt mir nochmal einen Push. Es war richtig, es war richtig, es war richtig! Stopp! Luigi, du bist einfach nur ein Vollidiot! Wenn man groß ist, dann hilft es einem in den Castles meistens nichts, weil die Gänge so verdammt eng sind. Okay. Lol. Gerade habe ich gesagt, die Gänge sind eng, aber so eng, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Weil ich habe nach rechts gedrückt, aber... Schaut so aus, als kommt man als großer Luigi da nicht rein. Oder vielleicht wurde auf meinem Steuerkreuz jetzt das nach rechts gehen nicht angenommen, KA. Auf jeden Fall eine sehr sonderbare Situation. Komm, ne Blume, ne Blume, ne Blume! Natürlich... Ah, warte, warte! Nein! Durch einen Giftpilz! Also... Was war das denn? Komm her, Schnuckiputz! Süßer! Nein, du... Dreckiger Krattler! Jetzt traue ich mich nicht. Oh, shit! Oh, shit! War klar! War doch klar! So was billiges, echt! Oh, bitte gib mir doch das Ziel! Was?! Nein! Das war das Ziel! Echt jetzt? Noch ein Pilz, geil! Hier... Wow! Alter! Ja, crazy shit! Wie hab ich das gemacht? Ja, ganz unten ist der richtige Weg. Ihr blöden, verdammten... Okay, gleich platzt mir der Kragen. Gleiches Schluss mit lustig. Nein! Ist das jetzt so eine Modifikation von dem 7-3-Level, was ich ge-first-tried habe, was aber unfassbar schwer ist und ich nur ge-first-tried hatte, weil mich ein Engel geschützt hatte? Ja, klar! Und dann sprengt er auf die Stache! Ja! Ja! Logisch! Ich hasse es! Ich hasse die Scheißdreck! Scheiße! Boah! WTF! Ich bin doch genauso krank wie die Entwickler! Ho-Hu-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! Ja... Ich will ihn Lucha, wenn ich das ohne Tod schaffe! Zwei Lucha! Puh! Was? Was zur Hölle? Ich schaff's nicht über die Anfangspassage. Ist das jetzt euer Ernst? Oh, jetzt ist es aber mal wieder gut, okay? Jetzt reicht's mir. Was? Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Oh, Pilzi, Pilzi, Schnucki, komm bitte. Ich brauch dich so dringend. Yes. Und das ist auch bestimmt nicht das Ziel. Es sieht so aus, aber, naja. Das hab ich erwartet. Oh, Pilzi, Pilzi, süßer, süßer, komm her. Ja, Snucki. Nein. Das war glücklich.